hallo und moin moin ja wir sind noch immer in sexual quatsch sexual ist schluss wir haben hier jetzt die hängen wir jetzt endlich noch mal verändert weiß gar nicht haben wir hatten ein ding haben wir aufgebaut ich glaube da hinten nach da oben haben wir denn schon leute die hierher unterwegs sind oder nicht es bleibt doch mal im modus oh ja einer einer nein einer sind wir nein das ist unser versorger haben wir das jetzt ausgeschaltet gehabt das müssen wir mal gucken ob das eingeschaltet ist aktivieren wir machen das jetzt soll er gehört uns jetzt aus an der strom doch der müsste strom haben doch doch der hat der läuft der ist gut so hoffe ich dass bei der einer kommt hier hinten könnten wir versuchen eine tür zu machen aber wir haben keine automatischen töne ja schade eigentlich wir beide verdenizieren uns jetzt so gehen wir hin wir gehen zur burg weiter ja komm geht los komm schon da die da die da da habe ich mal gespannt was passiert wenn wir wiederkommen und was bist du für ein schlau wieder du bist wieder einer von uns und rennst auch hin und her ist ja alles ganz schön und gut aber du was für mich ein guter tag ist einer der ohne leeren magen endet mach doch da arbeit warte 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 du bist ein böser junge ich habe gesagt klamotten anziehen ich will sehen wer du bist moment t ausrüsten und den reisemantel so und zieht den ja nicht wieder aus das sag ich dir du halt moment noch mal ich will nur etwas ausrüstung mit dir tauschen ja klar doch sagt er so jetzt gucken wir mal dass er diesen mantel hat er jetzt an den kann man nicht mehr aktivieren na gut aber wer soll wenig sein hut aufhalten okay komm wir gehen weiter ähm wir müssen hier glaube ich ein kleines bisschen nach links rum ach und bist tot ne ja war sie tot na wieder neue mutanten die sich hier eingenütztet haben gleich auf die mütze ups oh da steht noch was nein 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 nichts alte zeiten wir leben eben hier und jetzt auch da ist noch was guck mal das haben wir gar nicht gesehen bisher na gut guck mal hier noch mal aui da ist auch ein cram das cram auch immer ist wird leider immer kaputt geworden sonst könnte da auch noch was liegen wollen wir da gehen oder ich glaub wir gehen hier komm oh hier sind noch ein paar kassen wir können doch gleich mal gucken nö waren wir hier schon drehen nee waren wir noch nicht oh nicht der alten zeiten wegen nein nicht der alten zeiten wegen okay so was haben wir da sind noch was sind noch was können wir auch noch mal gucken sind noch was nö ne ich glaube hier waren wir auch schon oder komm wir gehen wieder raus hier wir gehen hier lang hier ist ja ein aufgang wer hat sich den denn hier gebaut das können doch nur die jungs von diamond city sein ja ist doch schon einer warum sag ich mein ding sich an hallo ich hab doch ein ding freund und feind erkennung so geht meine fort und feind erkennung nicht ich muss da eigentlich gehen moment oder ist ja so gelb dass er gelb ist aber der hat kein gelben schimmer na das muss ich gleich noch mal prüfen vielleicht muss ich den irgendwie noch mal neu starten ist ja nicht mit diesem hier harmoniert mit den halben das wäre jetzt gar nicht gut weil zur Burg brauche ich gleich brauche ich gleich was 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 los was los Tom guck mal weißt du was ich guck mal bist ne ich bin schon wieder weg hm oh jetzt geht's ja ja bravo ne jo jo warte mal wir nehmen nicht alles mit wir nehmen nur mit was wir tragen können und äh was für uns von Bedeutung ist oh glitzeklein ja so drei granaten super was wo wir zu kämpfen noch jemand da ja jetzt nicht die klappe ich wäre verschwunden an der Stelle ehrlich doch ich hab mich vertusiert wenn ich was bei mir hab die kampfmaschine kampfmaschine oh das war jetzt doch nicht etwa noch eine was eine kampfflinte oder ein kampfgewehr das ist eine kampfflinte 50 und 40 Präzision ach das ist viel besser unsere ist viel besser kommst du mit jetzt haben wir eine Schere hier drin äh eben war da noch nix moment wir müssen doch 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 wir wollen zur Burg und und ja wir sind auch richtig im Weg gut oh du la di da di da da das war ja auch schon irgendwie kotwurst da war noch einer ich hab einen dritten gesehen ja doch ganz sicher sogar Mutantentöter irgendwas was ich weiß finde ich auch du steckst du na au au voll treffer ich hab den Pfahl voll getroffen so kann das gehen ähm ne da wollen wir nicht rein nicht zum jetzigen Zeitpunkt das ist ne ich weiß nicht was da drin ist irgendwas ist da ist nicht gleich glaub ich das war später mal machen ah diese scheiß radios ausmachen mensch würde ich ja am liebsten zerschießen aber das geht ja leider die Blöcher hat es ja schon es geht weiter Kopf ab was ist das aufgabe trinity plaza was ist das denn für ein grobisches Ding hier neuerloch ja ja äh ich bezweifle das mit dem Mann aber äh oh was ist das das müssen wir uns merken wenn ich die Tower war da nicht irgendwas mit dem Trinity Tower hm ich glaube da gab es irgendwas Moment was war denn das hier nee 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 auch nicht auch nicht nö ist doch nicht aktiv wenn ich das so richtig sehe komm wir gehen weiter nochmal zur Burg hoppala dida dida was los nicht meckern und nicht knurren oh nö ich wollte gerade sagen dass der Eingang aber nö 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 sieht nicht einer aus rupris comics da könnten wir uns was holen glaub ich ja wir machen das auch he he oh was hat es doch nicht passiert ach das braucht nö das braucht ihr nicht mehr mein älterer erfahrene na gut nö nö tsch nö 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 na nö 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 ich kenne mich hier gerade selber den haben wir schon mal du hättest erhäuft eine chance von plus 1 prozent den gesamten schaden eines angriffs zu vermeiden ein prozent aber nur lagerraumschlüssel was haben wir hier machen wir das ding doch mal auf ja finde ich auch treffer soll für mehr tauben ziehen allein blutung schaden vielleicht enttäuscht sind nicht genug gute da oder warum bist du so enttäuscht hauptgeistens resort in sich schon mal kriegen wir den auf so lange hauptschlüssel können wir auch mitnehmen und wir gehen erst mal wieder den rest holen wir uns später wenn wir jetzt mal irgendwann volltreffer hat er ist noch ein ding entsperrt comic laden terminal passt du auf das schaffe ich nicht zu hacken ich kann nicht hacken ich will auch noch nicht hacken ich will hier noch gar nicht so wirklich aufräumen nee wir gehen da nicht hoch das will ich nicht das will ich noch nicht spielen oh aufzeichnung eines plünders naja was ist das hier jungles nehmen wir mit ich würde sagen wir gehen erst mal wieder kommen ja ich weiß es gibt hier noch mehr zu holen das ist eine klitzekleine aber dann schleppe ich das zeug immer mit mir rum so wir gehen wieder raus ja ja machen wir später den rest da ist noch mehr da steckt noch mehr hinter also wir haben aber was für den nahkampf so ja für den nahkampf haben wir was wir haben noch keinen platz dafür oder doch bei der pistole könnten wir es mal hinlegen hey jetzt hauen wir die leute aha baff hau zu oh man das dauert aber lange ich werde mein auto verhauen oh f呢 cool das funktioniert kiki da ist mir ein auto verhauen hast du gesehen kotwas naja du geirbt doch lieber wieder auf die waffu überkommen wir gehen weiter wir wollen zur burg wo ist der klub hier ist der klub da war aber ich auch noch nicht drin noch nie glaube ich und wir mal versuchen rechts herum zu kommen was ist ja alles gut ich bin ja ganz friedlich ich habe immer noch keinen warum funktioniert der kram jetzt nicht ich glaube dass ich da ja ich weiß nicht wie ich da hund kommt hoch kommt der aufgang auf keinen aufgang doch der muss hier drin sein moment jawohl was hast du denn die stole lasse ich dir kurz behalten pistole ist eine schrott wir nehmen keine waffen mit wir müssen irgendwie schon dass wir heile und gesund gut da fuß darf das heißt es da fuß darf doch wir wissen da lang genau richtig mit dem kopf das hier ist theater steht doch da das geht doch nicht hier du bist aber sehr tot müssen da lang kommen wir müssen da lang hallo hallo da ihr buen wer ist da Ja, kannst du laut sagen, ich kann meine Waffe nicht nachladen. Muss ich doch die Waffe nachladen. Ah, der beißt mich. Ja, der war schon ein zu blöster Hund. Los, geh. Wo stecken die denn? Jetzt komme ich, warte, ich komme. Patrono, Patrono. Oh. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Äh, aber wie? Moment, hier ist kein Aufkrack. Wie kommt man denn da hoch? Außer mit einem Jetpack. Da muss ich da reingehen. DB Tech High School. Ach nee, nee. Wir wollten zur Burg. Wir machen jetzt erst unseren Weg zur Burg. Komm. Ich habe keine Munition für diese Waffe. Warum habe ich keine Munition? Ah. Nachladen. Wo? Wo ist denn jetzt die Burg? Da müssen wir lang. Das könnten wir doch mal versuchen. Oh, da unten liegen Sachen. Oh, nö. Müssen wir nicht unbedingt haben. Wir gehen jetzt mal hier lang. Komm. Flasche. Schon gedacht, das ist ja Granato oder so. Wuppo. 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 Äh. Wuppo. Doch, doch. Das ist schon richtig. Komm. Hast du mich gemeint? Ach, Miss Rosa. keine frage das ist ja fies wo ist eigentlich mein kopf geblieben gott was steckst du zwei in der baguette ich höre dich doch das ist ja wieder lustig wo war die da die hatte korngurken das hatte ich wohl ein bisschen ungehalter was hat der denn da das haben wir eigentlich verkleidung an wenn man gerade gucken also wir haben kopf so an das ist schon mal gut ja harnisch könnten wir irgendwann noch mal tauschen wo der ja auch nicht schlecht ist ob da liegt an einem moment ach ja die haben wir ja nicht im moment was hast du denn noch das ist ein lederrüstung kommt wir gehen weiter es geht weiter es geht da ist ja einer ja müsste missus parker kaum bekann sich zu deiner familie gesellen scheinen ja alle da versammelt gewesen zu sein auf dem boden gucken ob da was ist so dass man teilnehmer noch mal mit und dann noch mal schön so die flüsterstube im sauserie und dann mal reingehen kriegen wir das denn auf schon abgeschlossen zu schwer zu schwer sauserie können wir nicht oder sausi 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 wo ist denn jetzt unsere burg liegt doch gerade aus ich glaube wir gehen falsch kommt nicht mehr ein stück rüber meine dass wir hier ein stück rüber auch mit dem schluss ich bin ja nicht schon da nö da ist doch gut ich geh ja schon ups kommt ja nicht durch kommt ich ja durch nein kommt ja nicht durch ja das macht dich fürchterlich nervös du aufs mal wo ist hier die lampe hallo kommt raus seher euch nicht fahrt Na, wo seid ihr denn? Ich glaube, ich gehe da hoch. Drei Versuch. Wir sind hier voll. Ein bisschen da vorne. Noch eine Lampe. Ob hier oben noch was ist. Hoffentlich keine böse Überraschung. Nee. Das ist Munition und sonst nichts. Können wir noch mal rüber... Nee, da komme ich nicht durch. Ha? Da ist doch nichts. Na ja, gut. Dann lass uns was. Hallo, bin wieder da. Es geht weiter. Es geht fort. Oh, was ist das für einer? Was hast du da für Sorgen, hä? Ach, das ist der komische Verkäufer hier, ne? Na du? Entschuldigung, Ma'am Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass... Ja, was ist los? Na? Erzähl mal. Haha, was brauche ich? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Du bist eine ordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Ja, ja, ich glaube, aber Verkäufer. ist jeden tag musst du sachen kaufen essen munition bier alles mögliche die welt vor 200 jahren in die luft gejagt und wir müssen säckeweise kronkorken herumschleppen soll das ein verdammter witz sein also habe ich in zusammenarbeit mit jedem einzelnen laden im commonwealth die kronkorken abgeschafft und so haben wir jetzt die einzige form von währung wie hast du mich genannt hast du gerade die gesagt weißt du wer ich bin hast du irgendeine vorstellung wer ich bin oder wen ich kenne du bist so tot verstehst du bist tot oh mein gott du hättest dein gesicht sehen sollen ich verarsch dich doch nur ich kann nicht sehen ich habe helme auf 110 kronkorken und ich gebe dir diese kreditkarte damit kannst du in jedem laden im kommen ja du bist ein spinner verkäufer das ist kein betrug oder so hast du mich das wirklich gerade gefragt hältst du mich für einen betrüger meinst du dass ich es so weit gebracht habe im leben in dem ich leute übers ohr gehauen habe ich bin ein unternehmer das hier ist grundsolide okay tut mir leid dass du das so siehst aber dein verlust wenn du es dir anders überlegt weißt du ja wo du mich findest volltrottel mutter was keine mutter volltrottel hast mich genannt gehen wir mal hier auf guck mal was hier noch so ist mutter was hat gut da denn damit zu tun oh danke 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 nein nicht danke okay okay hello 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 wo bist du wirst du ja warte doch man kann sich mal ein bisschen achten jetzt können wir mal hier tacheles reden haben wir schon jetzt muss ich mich aber doch etwas reparieren so mal gucken was haben sie denn hier alles schlagringer automatisch ist ja alles nicht zu gebrauchen was sie haben hier noch was finden das ist hier auch nicht okay da koalig rein ach da oben den haben wir noch nicht gelootet was hast du hast du jetzt nicht ernsthaft dieses gewehr kommen wir gehen weiter das koalig licht ich mal hin hier das ist ja fürchterlich nebenbei diese unordentliche liege hier wir wollen zu bock da kommen wir später noch hin ja wir wollen hier zu bock kommen wir jetzt vorbei wir sind schon ganz nah da bist du da kommen sie schon ach ich steck genau hier drin lass mich raus beide gefieger ach die waffe was hat der denn er hat fatz verbessert lederrüstung linker arm um 10 prozent reduzierte aktionen punkte kosten im fach das ist aber auch ein ekelhaftes grünes viechern das ist bloß ein blutkäfer rüssel wer von euch war echt dort da steht die kiste da muss ich doch mal glatt hin ob er hier sein essen legen lassen mitnehmen auch hier war das haben euch die viecher erwischt war die haut können wir die haut verkaufen tut mir ja leid für euch wie schwer bin ich denn moment wie schwer bin ich ich kann ja alles mitnehmen ich hab ja genug Luft so komm es geht los nein wir müssen weiter ich hab immer noch keine ich glaube ich muss das wieder rausnehmen das eine ähm ich kann es ich fasse es nicht dass sich das Teil jetzt durch ein einzelnes kleines Mod irgendwie kollidiert er müsste eigentlich gelb sein er müsste eigentlich gelb sein mal abfackeln warte mal einen moment so hast du schon echt los hier oh da ist die nehmen wir mal alles mit so was haben wir denn hier noch nichts weiter das war nicht viel ne komm wir gehen weiter äh wenn es denn geht moment hier ich glaube es geht lieber ich hab mir schruggen komm her das bist du putt ja ja wir gucken mal was sie auch nicht will ok explodieren hi entschuldigung da bist du ja endlich ich muss mit dir reden ja ja wer bist du ich bin ronnie schock commonwealth minute man zumindest war ich das bevor joe becker getötet wurde und die idioten den laden übernommen haben ok ja schön wir können dich kennenzulernen wir könnten hier ein paar mehr veteranen gut gebrauchen da hast du recht ich glaube ein paar von deinen leuten musst du noch regelmäßig die windeln wechseln äh ich hab da keine leute ich mach hier alles alleine äh außer mit kotwas na gut ich würde immer noch gerne wissen weshalb du mit mir reden willst hab gehört dass du den minute man wieder auf die beine helfen willst dachte mir ich schau mir den neuen general mal persönlich an also wieso machst du das alles und wieso glaubst du dass die leute die minute man überhaupt zurück haben wollen äh das commonwealth braucht die minute man und die leute merken das langsam ich hab ein paar gute dinge gehört sonst wäre ich nicht hier und jetzt wo ich hier bin sehe ich dass du meine hilfe dringend nötig hast ja ja wir brauchen deine hilfe warum sollte ich das sagen nein das will ich nicht sagen vielleicht können wir dich brauchen willst du wieder beitreten ja schätze schon aber alles der reihe nach ich bin vermutlich die letzte die sich noch daran erinnert die waffenkammer der burg befand sich in der westlichen bastion dort war unsere beste ausrüstung gelagert waffen munition baupläne und noch einiges mehr komm ich zeig's dir ja ja ich sehe das schon von hier aus siehst du äh ich weiß wir müssen da irgendwo rüber ja und ja gut sieht so aus als wäre alles noch intakt die tür ist noch versiegelt die bastion ist nicht eingestürzt jetzt lassen wir nur noch einen weg rein finden oh oh dann machen wir das doch mal ich hoffe du hast eine gute idee natürlich wenn der direkte weg versperrt ist wählt man eben den indirekten ja los schauen wir uns mal die nördliche bastion an ja gut wir können ja da mal gucken gehen äh ich glaube wir müssen hier noch ganz viel bauen Bauwacke oh man ja echter ich glaube ich muss mir gleich erstmal meine rüstung ein bisschen heile machen bevor wir da reingehen ich geh erstmal meine rüstung heilen warte mal einen moment rüstung heile machen oh ups sehr clever ja aber ich weiß doch nicht ob das clever ist ups weil ich recht nicht bei ihm und geh auch gleich so was hab ich denn hier gemacht hier steht ja nur ein Pfahl ach wir fehlen auch die bretter so ein mist na dann können wir ja richtig arbeiten wo steckst du denn jetzt das quartier des generous früher führte ein tunnel von hier in die waffenkammer hm der tunnel ist durch schutz blockiert wir müssen einen weg finden ihn beiseite zu schaffen ja räume doch weg ist doch ganz einfach ja pass auf wir müssen die bosse gar nicht hinsetzen ja ich weiß guck mal alles weg siehst du was ist gehen wir da runter und schauen ob es noch einen weg hindurch gibt naja ich weiß komm wir gehen so guck dir auf jeden auf jeden auf jeden auf jeden